Namaskar, Swastikasana ist die Ehrerbietungshaltung in der glücksverheißenden Stellung. Samuel zeigt, wie es geht. Nimm erst Swastikasana ein, das heißt, du hast einen Fuß zwischen Unterschenkel und Oberschenkel und den anderen Fuß ziehst du von unten zwischen Oberschenkel und dann sieht es so aus. Das ist Swastikasana, die glücksverheißende Stellung. Dann gibt die Hände vom Brustkorb zusammen als Zeichen der Ehrerbietung und auch als Zeichen der Einheit. Aus zwei wird eine Einheit vom Herzen her.